Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1 Guten Tag. Was darfst du bei Ihnen sein? Ich hätte gern zwei doppelte Brötchen und ein Roggenbrot. Bitte schön. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Hm, vielleicht könnte ich einen Kuchen nehmen. Ja gut. Ich möchte gern ein Stück Käsekuchen und ein Stück Apfelkuchen. Das war's dann. Das macht 5,10 Euro. Danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke. Gleichfalls. Tschüss. Guten Tag. Was darfst du bei Ihnen sein? Ich hätte gern zwei doppelte Brötchen und ein Roggenbrot. Bitte schön. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Hm, vielleicht könnte ich einen Kuchen nehmen. Ja gut. Ich möchte gern ein Stück Käsekuchen und ein Stück Apfelkuchen. Das war's dann. Das macht 5,10 Euro. Danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke. Gleichfalls. Tschüss. Nummer 2 Entschuldigen Sie. Können Sie mir den Weg zum Rathaus zeigen? Ja gern. Haben Sie einen Stadtplan? Ja, habe ich. Wir sind hier, nicht wahr? Stimmt. Das Rathaus ist am Marktplatz. Aha. Kann ich dahin laufen? Ja. Nein. Sie nehmen besser die Straßenbahn Nummer 7 zur Haltestelle Alter Markt. Hier. Ich zeige Ihnen die Haltestelle auf dem Stadtplan. Die Straßenbahnhaltestelle? Ach ja. Da ist sie. Vielen Dank. Entschuldigen Sie. Können Sie mir den Weg zum Rathaus zeigen? Ja gern. Haben Sie einen Stadtplan? Ja, habe ich. Wir sind hier, nicht wahr? Stimmt. Das Rathaus ist am Marktplatz. Aha. Kann ich da hinlaufen? Nein. Sie nehmen besser die Straßenbahn Nummer 7 zur Haltestelle Alter Markt. Hier. Ich zeige Ihnen die Haltestelle auf dem Stadtplan. Die Straßenbahnhaltestelle? Ach ja. Da ist sie. Vielen Dank. Nummer 3. Nummer 3. Franz, was ist mit dir los? Oh, ich habe einen Kater. Gestern haben wir den Geburtstag von Paula gefeiert und ich habe sehr viel Rotwein getrunken, glaube ich. Ich habe auch sehr wenig geschlafen und jetzt habe ich Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Möchtest du eine Schmerztablette? Nein, danke. Ich nehme nie Tabletten. Dann musst du sehr viel Wasser trinken. Das hilft auch. Danke. Franz, was ist mit dir los? Oh, ich habe einen Kater. Gestern haben wir den Geburtstag von Paula gefeiert und ich habe sehr viel Rotwein getrunken, glaube ich. Ich habe auch sehr wenig geschlafen und jetzt habe ich Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Möchtest du eine Schmerztablette? Nein, danke. Ich nehme nie Tabletten. Dann musst du sehr viel Wasser trinken. Das hilft auch. Danke. Nummer 4 Guten Tag. Was kostet eine Eintrittskarte für die Picasso-Ausstellung? 4,50 Euro. Auch für Studenten? Nein. Die Studentenkarte ist ein bisschen billiger. Sie kostet nur 4 Euro. Ich möchte zwei normale Karten und eine Studentenkarte. 13 Euro. 13 Euro. Danke. Hier sind die Karten. Die Ausstellung ist hier rechts. Dankeschön. Guten Tag. Was kostet eine Eintrittskarte für die Picasso-Ausstellung? 4,50 Euro. 4,50 Euro. Auch für Studenten? Nein. Die Studentenkarte ist ein bisschen billiger. Sie kostet nur 4 Euro. Ich möchte zwei normale Karten und eine Studentenkarte. 13 Euro. Danke. Hier sind die Karten. Die Ausstellung ist hier rechts. Dankeschön. Nummer 5 Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich hab gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Hm. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar. Wir können schwimmen gehen. Im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben. Aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich hab gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Hm. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar. Wir können schwimmen gehen. Im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Nummer 6 Hier ist die Reparaturwerkstatt Meier. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell übermorgen, am Samstagvormittag, bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. Hier ist die Reparaturwerkstatt Meier. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell übermorgen, am Samstagvormittag, bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. Teil 2 7 Achtung, Fahrgäste! Auf Gleis 3 fährt ein der Intercity Express nach Hannover. Planmäßige Abfahrt um 19.37 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Achtung, Fahrgäste!有點 Acht Verehrte Kunden, unsere große Herbstaktion im ersten Stock. Schuhe im Sonderangebot. Herrenschuhe, Damenschuhe und Kinderschuhe heute billiger. Kommen Sie in den ersten Stock. Kommen Sie in den ersten Stock. 9 Frau Malzahn, gebucht auf Lufthansa Flug 544 nach London. Bitte zur Information in Halle 1. Frau Malzahn, bitte in Halle 1 zum Informationsschalter. Die S-Bahn fährt heute nicht auf Gleis 3. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen fährt die S-Bahn heute auf Gleis 5. Teil 3 Nummer 11 Autohaus Meier. Guten Tag Frau Krause. Sie können Ihren Wagen abholen. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nummer 12 Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Nummer 13 Nummer 13 Sarah, ich bin's. Sarah, ich bin's Claudia. Ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Ist es bei dir? Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs oder auf dem Tisch neben den Blumen. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Danke. Sarah, ich bin's Claudia. Sarah, ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs oder auf dem Tisch neben den Blumen. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Danke. Nummer 14 Hallo Sabine, hier ist Maria. Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Nummer 15 Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms, ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Solms. Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms, ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören. Hallo! ersten Wenn du auf Ihren Anruf. Wir stehen vor mir an. Was haben sie bei der stag Madame? Na, uns heute ja noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.